Herzlich Willkommen bei der Zimmerei Ludewig in Pahrensen. In unserer Eigenschaft als Zimmerei liefern und montieren wir Dachstühle, Carports, Hauseingangsüberdachungen und weiteres für Neu-Alt- und Umbauten. Termin- und fachgerecht zu leistungsgerechten Preisen. Bereits in dritter Generation sind wir im norddeutschen Raum, Hessen, Sachsen und natürlich überall dort tätig, wo schöne Fachwerkarbeiten ein wichtiger Teil der heimischen Architektur und Kultur sind. Testen Sie uns mit einem für Sie kostenlos und unverbindlichem Angebot.